Wie ist das Kühlendienstag? Ein Kühlendienstagmorgen bei Kaiserwetter. Wieder mal bin ich hier und es wird wieder schwer geschafft. Wir sehen also hier verschiedenste Dinge, die angeliefert worden sind. Zusätzliche Platten, höchstwahrscheinlich für die Bühne und Kantensteine. Denn da hinten sind ja die ersten Kantensteine gesetzt. Das hier wird langsam auch verfüllt. Wie ihr seht, stehen hier vorne noch die ganzen Fundamente auch der ehemaligen Versorgungsschächte. Dort hinten wird kräftig gebaggert. Da werde ich gleich mal hingehen und mal versuchen ins Gespräch zu kommen. Was auch sehr schön ist, endlich sind da hinten die Birken abgesäbelt, sodass dort an der Böschung jetzt auch was passiert. So, wunderschön mit diesem Hintergrund das zu sehen. Teil 1. Jetzt auch was passiert, was entscheidend ist. Nach mehrm Nachhaken, auch über den Diplomingenieur Schröder, sind die Birken hier gefällt. Bis auf die natürlich hinten, die sich auf dem Gelände des Parkplatzes der Druckerei befinden. Und ich denke mal, jetzt kann mal hier die Treppe in Angriff genommen werden. Die Böschung ist schon leicht geebnet. Letztes Mal hatte die ja noch diesen, sagen wir mal, 90 Grad Winkel. Jetzt geht das da also schon in eine andere Richtung. Und ich denke mal, das wird im Endeffekt hier weiter betrieben. An der Ecke Richtung Lürenstraße und sehen ganz klar, wie die Böschung geräumt worden ist. Und im Endeffekt wird das hier wahrscheinlich dann auch wieder gehäckselt werden. Und es gibt dann hier den Beginn der Treppe, die hier spitz zuläuft, wo ich bin. Ihr seht hier noch einmal die Kantensteine. Die sind auch jetzt weitergesetzt worden. Oben an der Straße war ich vorhin gewesen. Da liegen ja die Nächsten, die dann auch senkrecht eingelassen werden. Sehr schön dann auch jetzt wieder zu erkennen die Bühne, die sich dort befindet. Das Ganze wird natürlich noch aufgeschottert mit Drainage. Und oben kommen auch noch Platten drauf. So, ich denke, dass das Ganze hier noch einmal einen Schwenk nach oben verdient hat. So, da ist er. Hanskösterschacht 4. Und die Sonne scheint, der Himmel ist stahlblau. Was wollen wir mehr? Und natürlich hier, bevor die Feuerwehr fährt, wieder volle Polen durch die Gegend. Gerade noch alles rausgeholt wurde in der Zwischenzeit. Und im Endeffekt sind das alles kleine Metallteile, alles hier eingebuddelt, wunderbar saniert. Also der Untergrund, alles ab unter die Erde, unter das Vlies und unter die Folie. Und dann kann man ja mal gucken, was irgendwann mal passiert. Ganz tolle Sanierungsarbeiten seinerzeit. Bis zu sieben Meter ausgekoffert. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet. Schon angezündet. Schon angezündet. Schon angezündet. Schon angezündet. Das gibt einen Schein. Und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein. 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 Wo die Werkleut sein. Die da graben das Silber und das Gold bei der Nacht aus Felsgestein, aus Felsgestein. Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold. Doch dem schwarz-braunen Mäcktelein bei der Nacht. Doch dem schwarz-braunen Mäcktelein bei der Nacht. Dem Sein wir hold, dem Sein wir hold. Ade, nun ade, lieb Schätzelein. Und da drunten in dem tiefen, finsteren Schacht bei der Nacht. Da denk ich dein, da denk ich dein. Und kehr ich heim zum Schätzelein. Dann erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Wir Bergmannsleut, seins Kreuz, brave Leut. Denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. Und saufen Schnaps und saufen Schnaps. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf. Wir Integrateten Wir rumah K 하면서 Geldrechen von Wir면 das Leder erst wenn ich nicht herrlich bin. Wir führen uns noch mal irgendwas mit der Nacht. Ich sage es richtig und Angst aber durch drеждendisch. Wir fragen uns doch nur noch viel gute von dem Arsch bei der Nacht.